Die Follower von Bauer sucht Frau Kandidatin Denise Munding sind nach vielsagenden Andeutungen der Landwirtin beunruhigt. Bauer sucht Frau Denise Munding. Gibt es Grund zur Sorge? Gibt es etwa Grund zur Sorge um Denise Munding, 33? Die Bauer sucht Frau Kandidatin von 2020 und ihr Verlobter Nils Dworczak halten ihre Fans via Instagram. Stets auf dem Laufenden. Immer wieder teilt vor allem die Pferdewirtin Einblicke aus ihrem Hofleben oder niedliche Schnappschüsse von Töchterchen Jersey. Die Ende letzten Jahres das Licht der Welt erblickte. Doch ihre neuesten Beiträge beunruhigen ihre Follower sehr. Man weiß nie, vor welchem größeren Unglück einen das Pech bewahrt hat. Denn, vor wenigen Stunden teilte Denise Munding via Instagram mit, dass ein geplantes Fun- und Freizeitturnier abgesagt werden muss. Zu dem Beitrag schrieb sie lediglich, wir müssen unser Turnier leider absagen. Wir werden es nachholen, versprochen. Über die Gründe hielt sich die Bauer sucht Frau Bekanntheit allerdings bedeckt. Doch wenig später teilte sie dann ein Selfie. Dass sie mit besorgtem Blick vor Strohballen zeigt. Man weiß nie, vor welchem größeren Unglück einen das Pech bewahrt hat. So die vielsagenden Worte von Denise. Hinzufügte sie die Hashtags Hashtag Pech und Raute Unglück. Was bei Denise Munding und Nils Dworzak vorgefallen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Doch die Fans sind in Sorge. Kommentare, wie was ist passiert? Hallo Denise, was ist passiert? Oder oh, das tut mir leid. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert, sind unter ihren beiden Posts zu lesen. Ob die RTL-Bekanntheit sich bald selbst dazu äußern wird, was genau bei ihr los ist, bleibt aber wohl abzuwarten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020